So Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Und zwar ist jetzt endlich mal wieder Duo Arena da. Ich meine, es ist ja jetzt bestimmt schon fast ein halbes Jahr her, dass es das letzte Mal irgendwie ein Duo Cup gab oder dass Duo Arena halt im Game drin war. Ja, auf jeden Fall der Moduswort circa vor drei Tagen, so abends, bin wir freigeschaltet. Und es gibt jetzt auch nochmal zusätzliche Informationen zum Winter Royale, so wie Placements, was man da machen muss, um Preisgeld zu gewinnen. Oder auch die verschiedenen Punkteverteilung für jeden Tag, die könnt ihr euch ja ingehm angucken. Und Winter Royale ist jetzt auch nicht nur was für die Pros, sag ich mal so, weil man kann da bis Top 1000 Geld gewinnen. Und ich schätze mal, das könnten auch Leute kriegen, die jetzt nicht so geübt sind. Auf jeden Fall habe ich dann direkt, als es rauskam, ein bisschen Duo Arena mit Theo gespielt. Könnt ihr auch gerne noch bei ihm vorbeischauen, er ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und supportet euch gerade Code Ropnik. Dankeschön für euren Support und viel Spaß mit dem Video. Hier an der Seite, ich weiß nicht, ob das was wird. Ah, oben ist schon einer drinne. Ich habe eine Gottkiste. Ah, die ist woanders. Oh mein Gott, ich bin dumm. Hier. Ich muss mich heilen, da bin ich Full Shield B90. Was? So, Alter, pass auf. Hier kommt noch einer hinter dir irgendwo. Wieder rein. One hit, dead. Nice. Das ist one hit. Finish. Der andere ist bei mir. Hey, Jops. Geh. Wo ist denn? Bis hinten raus. 20 weit. Der hat eine Pumpe, der steht da, glaube ich. Ne, der ist hoch. Aber das kommt der raus. Hier, hier, hier. In mir drinnen. Ich lasse das nicht. Red. Da oben. White, white. Ich komme. Der wurde, glaube ich, gekillt, oder? Ja. Fn-Jest. Was, aber links, links snipe ich mich. Ne, ne, das ist mir nicht hier. Der ist komplett wonert eigentlich. Ich sehe es. Ich gehe nicht, da hinten. Woher? Das ist das zweite, da hinten. Die unten hat deine Bandage. White, weiß ich. Wer ist denn? 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 Einer von denen war Lohrad eben. Oh, da kommt ein Apo hier rein. Oh Gott. Stopp, die sind ganz oben. Wollen wir chillen? Die werden gedubelt, Juki. Ich wollte gebeamt, Mann. Einer ist white von denen. Der nimmt die, warte. Bei mir kommt einer. Was kostet ihr? Hast du SMG-Emmo? Oh, ich bin dringend. Ja, hier. Ja, hier, hier, hier. Aber von oben wieder auf dem Tower hier. Naja. Vielleicht minus 100 bei mir. White nochmal? Nochmal, white. Nice. Chill dann. Bei mir? Ja, ich finde ihn einfach. Nur mit dem, ich, weil ich, ich finde ihn kurz. Ich chill, ja. Ich chill kurz. Ja, das ist ein Geil. Was, bei mir? Was, bei mir? Ich, bei mir? Einfach weiter. Hast du werfen, ne, jetzt? Ja, ich komme gerade zu dir. White auch. Ist alles nahblieben. Ist alles nahblieben. Boah, ich sparte mir. Ist ja die drin. Oh, der ist draußen an mir. Er hat's selber gekillt. Ich hab ihn gesplosert, glaube ich, oder? Ne, er hat sich selber gekillt. Mit dem Apigee. Ist das noch ein Wichser? Ne, ne, er wollte das, glaube ich, nicht mal. Er hat versucht, auf mich zu schießen. Brauchst du ein Wichser? Ja, aus dem Prinzip. Guck mal, wie der Spot gecleared wurde. So nice. Ist einfach nice, du es. Kann selber nicht abgepackt werden. So dumm. Stompies genau, oder? Oh, Mann. Was ist denn da los auf der... Die Rocket Raiden, Junge? Die Rocket Raiden, das ist Aqua, Junge. Ich glaube auch, ich glaube auch. Das ist safe, Aqua, Junge. Ich kann mir schon den Call vorgestellt haben. Und genockt, das war Stompy. Ich kann mir schon den Call vorgestellt haben. Der schwimmt da unten, glaube ich. Hä? Ich bin nicht drin. Ja, ich muss da laufen. Da im Wasser, rein da. Ach. Wir haben Reviven. Äh, der Teppert. Ich glaube, wir werden snipen. Was ist denn das für eine Range? Wieder für eine Revive, glaubst du? Weiß nicht. Ich habe gegeltet einmal. Ich komme mit dir mit. �? Okay, guck. Oh Mann, Mann. Ich habe hier einen Fass. Ne, ich bin hier gerade nicht gemacht für sowas. Ich bin hier irgendwo spackt, ne. Ich komme mit zu dir. Oh Mann! Das hat wieder Shield. Was? Mach mal. Haha. Ja, ich habe hier weniger FPS als im, komischen Squadfinal. Alter. Ja, ist komisch. Lass mal move'n. Ach, schau. Der ist unten. Ist der Solo? Ich hab eigentlich, glaub ich, zwei gesehen. Doch nicht. Das ist nämlich noch mit hier. Ich hab zwei freie Slots. Da muss ich noch rein. Vor allem, wann kommt Jayan? Samstag. War der Samstag bei dem Wochenende? Also in zwei Wochen? Ne, ist das am Ende. Die haben da nen dicken Tor, ne? Hab Angst und sowas. Junge, er hat einfach mal 200 AP gehabt. Achtung. Die sind ja noch richtig scheiß connected, oder? Weiß ja nicht. Gingen ja noch Mets oder so? Zwei Rockets und der wär raus, aber die connecten wieder noch. Horst macht schon. Der eine hielt auch nicht mehr. Oh Gott, ein Crack. Er ist auch Crack. Ich bin ein Low as fuck. Oh, ich glaub ich selber weg bin halt. Ich glaub ich. Der ist one oder der andere. Ich hab so gejoked gegen den. Ich bin so ein schlechter Spieler. Ist unfassbar. Aber, absolut meine Gedanken. Oh, die Jace-Face. Er steht da irgendwo ganz unten. Der eine hat die hunderter Hit gekriegt. Weiß nicht wie. Aua. Er ist so schlecht, ne? Ja. Auf wie die kommt. Er macht halt ne Demo mit auf. Fast geht das. Oh, ich bin noch grad. Bin noch 100? Oh Gott. Minus 130 oder so. Der ist genockt. Der ist genockt. Der eine ist ganz unten im Lowdown. Ich bin 10 AP, ne? Das ist gut schön. Er geht da komplett hoch. Ey, jetzt andere teamierte mich von der Seite. Oh, Junge, bitte. Hab ihn. Hast du ihn gekillt, oder? Nein, ich hab ihn nicht. Brake? Nein. Ich lege jetzt nicht mehr. Der ist 50. Wo ist? Der ist ganz oben. Ja, das liebe ich euch einfach. Ist mir doch egal. Oh, oh, ich verrollete. Und dead. Ne, was? Weil er sich komplett gebraked ist direkt. Hat er überlebt. Ich muss alles nachmachen, was ich besitze. 14 White. Ich darf mich nicht killen lassen. Wäre ja ganz schlecht. Denkst du ich? Ich bin halt 10 AP. Junge, was macht er dann? Ich bin ganz unten. 35 White. Ist bitte verwecken. Hä? Ich hab ihn nochmal gebetet. Wie viel hat er denn überlebt, Junge? So. Wir sind halt... Obwohl ein Team kommt mit uns mit. Wir sind richtig late. Wir können die richtig abfangen. Hast du eine Waffe und eine gute? Ja, ne. Nicht für das ganz. Der landet. Ist nicht los, oder? Headshot. Minus 50. Echt? Nochmal. Der ist komplett lauter. Okay, warte. Ich mache einen kranken Predict Shot. Ich weiß, du soll wieder rein WK oder lohnt sich nicht? Knock, 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 knock. Haha, shit on, shit on, shit on. Du hast bei mir schon knock gesagt, bevor die Locket da war. Weil ich es wusste. Weil ich es wusste. Okay. Aus Fehlern lernt er. Der wird nicht nochmal so rebooten, wenn beide noch alive sind. Ich glaube schon. Haha. Okay, vielleicht schon. Der war ziemlich dumm. Schießt eine Rocket hoch. Minus 50 hätte er. Minus 50 hätte er. APD nicht. Er hitte mich durch meine Treppe. What? Die sind on meine Wallen. Einer's one-hit. Ich kann ihn flauen. Oh Gott, das war ja so schlecht. Der ist von that one-hit bei mir. Kannst du weg? Kannst du weg? Chillcats. Ja, ich bin safe. Das ist nicht meine, mit meinem Ding. Chillcats. For that one-hit. Ich geh von unten rein. Ich geh von unten rein. Was ist das aber da durch? Ach, schon. Das hat die im Disco dann geschrieben, Mann. So. Ich edite. Ab hinten drin. Ed? Meine Wand, meine Wand. Echt? Okay, gut. Ich halt links, ich halt links. Der hat die Wand, der hat die Wand bekommen. Das ist aber wahrscheinlich abhauen. Kurz finischen und weg. Der hat einen RPG. Der hat einen RPG. Einen guten. Kann ich nehmen? Sind doch noch Mads, ne? Egal. Doch, 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 doch. Egal. Können wir nicht holen. Wir müssen eigentlich gleich so viele Brawnets. Wir müssen eigentlich gleich so viele Brawnets. Schon wieder, Junge? Warum? Oh, ich krieg einen Stammbrick so oft. Irgendert gar nichts. 2k Damage für mich. Okay. Ich komm erstmal mit. Ja, ich komm rein. Weil die werden mich hier auf der Rotation fangen. Ich muss durch die Baume durchsneaken. Ja, ich seh. Es passt. Ich bin durch. Ich glaub, die sind direkt links über uns. Wir können die Links halt echt abfacken eigentlich. Wenn der weiter rotiert. Ich apg hide mal. Der ist tot. Der lebt noch. Ich weiß nicht, ob der nicht vorankommt. Ich komm mal runter. Krass. Der ist sch add was anderes zuvor. Ja komm wir müssen weiter. Er geht weiter raus. Wir müssen Fahra. Amst Pennsylvania. Neste 1 hoch. Ich kann hide abnehmen. Ich kann überhaupt durchmachung. Hier bin ich nähen runter. Ich bin auf Hype, ich bin auf Hype, ich bin auf Hype, ich bin auf Hype, ich bin auf Hype. Nein, nein, ich bin, ich bin. Achso, lol. Ich bin nach hoch geblieben in dem Moment. Oh, ich bin auch RPG'ed. Ich glaub, sie hier vorne haben RPG. Ich hab ne Nate bei NU-50. Ja, der hat Nate-Hit bekommen. Ich bin Nate-Hit. In der Core nochmal White, Dead. Oh mein Gott, ich bin Dead. Ja, ist alles schlecht. Keine Mets mehr. Ah, hier hat er. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.